Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ankündigung. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Fans von historischen Eisenbahnen dürfen in dieser Woche gespannt auf Train Sim World 2 schauen. Denn mit dem 1948 Tube Stock erscheint für TSW 2 wieder ein historischer Zug. Der 1948 Tube Stock ist eine historische Londoner U-Bahn. Die Fahrzeuge wurden erstmals 1938 in Dienst gestellt und verkehrten dann gut 50 Jahre bei der London Underground. Ab dem Jahr 1989 bis 2021 war ein Teil der Fahrzeuge dann auf der Long Island Railroad unterwegs und verkehrte dort unter der Bezeichnung Class 483. Es handelt sich hier um ein sehr historisches Fahrzeug und auch der Spieler soll es beim Fahren merken, dass er hier einen historischen Zug fährt. Und dieser soll nicht ganz so einfach zu steuern sein. Es soll in Train Sim World 2 möglich sein, den 1938er Tube Stock auf der Bakerloo Line und auf der Long Island Railroad zu fahren. Es ist jedoch noch unklar, ob für beide Strecken oder für welche der beiden Strecken Szenarien mitgeliefert werden. Fest steht jedoch, dass es für beide Strecken Fahrplanfahrten geben soll. Entwickelt wird der 1948 Tube Stock von Private Games und das Ganze mit Unterstützung von London Transport, welche früher das Fahrzeug betrieben hat und noch einige Museumsexemplare besitzt. Gepublischt wird das Ganze von Dovetail Games. Der 1948 Tube Stock soll am kommenden Donnerstag, dem 14. Oktober 2021, als kostenpflichtiges DLC für Train Sim World 2 veröffentlicht werden. Der 1948 Tube Stock erscheint dabei für die Plattformen PC und dort auf Steam und auf Epic Store, sowie für die Playstation 4 und 5 und die Xbox One sowie Xbox Series X und S. Was ist eure Meinung zu dieser historischen U-Bahn, dem 1948 Tube Stock? Werdet ihr euch auch dieses Fahrzeug kaufen? Freut ihr euch auf dieses Fahrzeug? Interessiert ihr euch für historische Fahrzeuge in Train Sim World 2? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Doch das ist noch nicht alles. Am 14. Oktober 2021, also dem kommenden Donnerstag, soll noch ein weiteres Fahrzeug für Train Sim World 2 veröffentlicht werden. Um welches Fahrzeug es sich dabei handelt, dazu gibt es ein separates Video. Dieses findet ihr oben rechts in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr am nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.